herzlich willkommen wieder bei nächste folge von youtube ich bin der gute sachs und wir spielen weiter mit youtube live so wie hier habe ich kurz vorletzte folge pause gemacht ich spiele weiter also können wir es machen so dass jemand würde es weiter sagen irgendwelche hat durch internet 100 dollar kosten und extra oder durch die ganze welt weit aber das machen wir haben wir sind nicht so reich so wir haben punkten also nimmt diese game play video und geben dein zuschauer eine folge geschmack der spieler dass du besten mann der spieler rausgehend erscheinen sein ansonsten verlierst du die leute zu interesse ok was habe ich hier aufnahme da also warte mal hier gar nicht mehr als das habe ich doch mal rein gut video machen wir das so spielen so so machen wir machen langsam am arsch muss man lange kaufen wenn wir so das 1 so ohne jetzt fröhliche machen ist sein natürlich ein hauen vom park läuft so hauptwende lustig kommentar so das spiel hängt sich auf auf die spieler ausrasen ja freundlich professional so erstes spiel lernen wie man es spielt so weiter geht's mal so was sagt unsere und es muss ich so machen theoretisch ich weiß es ist kacke 23 ich überlege ob kann man nicht besser machen ich glaube nicht das rein 55 ok passt schon hochladen wir sind bekannt aber dali ich brauche money so essen wir morgen hast du ganze tag hochzuladen du bist wirklich was und dann gehen wir schlafen schauen wir also haben wir bekommen also den punkt hast dann der freischaltung ok pappel computer non food zu essen eine neue karte ok 11 punkte so viele punkte haben ja auch nicht so noch eine blödsinn ankommen das sieht gut aus so noch eine aggression natürlich muss rein noch eine alter wie viele punkte es ist alle gut so jetzt achten muss mir machen also der ist langsam fertig was kann ich machen was kann ich machen dankeschön und haufen geld bei mir bekommen was ich möchte jetzt machen gehen wir einkaufen aber haufen geld bekommen an das anfang der monat also ich kaufe mir die teuerste konsole kann ich nicht aber die zwei kauf ich mir leck mich doch fett ich mache das weg ich mache das weg so also jetzt können wir unser computer aussuchen wir haben hier viel geld wir haben hier viel geld wir haben hier echt viele konsolen aber glaube ich die kann nicht verkaufen weil die ist nicht da geschäft verkaufen wie viel abbrechen ok der werde bei uns den schrank legen noch was ich will machen ist nein niemals mehr abonnenten ich werde das 100 computer für fortschritt ne drei tage na komm machen wir 100 kostet schon viel finde ich so leute also das ist ja schnitt was können wir noch der wir bekommen trotzdem haben wir nicht schlecht finde ich das tut und man kann man nicht schon wieder kaputt du arsch wenn so oft muss man in wirklichkeit computer reparieren dann würde es jeder pleite gehen heil dass siebzig dollar wohl mir verarschen wächst bei mir wie blitz ok ja aber wenn ich mich lernen natürlich so kann ich aufhören ja stimmt war sowas also ich kann anfangen und dann irgendwann später weitermachen so der ist noch gute spiel machen wir das so erste postrunde intelligent bei fröhlich werde ich nie so ladebildschirm mit hinweis du hast der ende gefunden dann würde ich mich über den freund machen wir das was verrückte ist und noch 10 anwalt sound du hast hängt sich auf ok dann würde ausrasten handel wechsel und es ist allah haben wir sehr viel auf sound gemacht okay so man ist das geht drei das mach ich so so ich glaube so wird gut das ist gut aber gibt es kein zweiter nein das auch wenn das umtauschen auch nicht besser lassen wir machen ich das rein er habe doch alle punkte reingemacht kommt ohne script man sehen wie das wird laufen script ist nötig ohne scheiß weil wir haben kein script erweitern so hochladen mal sehen wie das werde in dieser zeit mache ich so kurz vorsitzen wenn wir dabei download download dann gehe ich schlafen und essen wir machen im nächsten video weil ich langweilig bin ja so an das braucht noch ein bisschen das ladet sich langsam aber gut was kann man in diesem moment machen das eine trage so gleichwertig der rendern zeit dann würde sagen wir aufhören gehen wir schlafen jetzt dann essen wir was wie so toll was ich will essen ich will essen noch mal essen komm hochdobst so neue gameplay immer noch jetzt langsam voran so was nehmen wir schnelle runde so eine glückliche das muss ich das muss rein weil ich muss mehr script arbeiten zeigen bevor dieses spiel startet agression war sehr schön so schule agression aber haben wir nicht da muss etwas intelligentes zu rein machen was verrückt ist da muss ich das rein ich bin lerne wie man spielt okay was ist jetzt agression auch gut okay ich habe gedacht wir sind was schlimmes okay wo gameplay auf die word nokt wohl nokt ok dann mache ich das rein wieder ein bisschen schwer das oder so muss ich das rein machen muss ich so andere situation sehe ich nicht leider so ich hatte 50 dazu erreicht und so lange muss ich also der wohnung ist so langsam muss ich umziehen ja jetzt klar und sie muss ich nichts noch nicht nein ich habe was zu tun keine ziele ok nice diese video hat mir nicht so viel gebracht ja schade 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 ich habe mehr erwartet aber trotzdem mein computer ist am arbeiten gut dann gehen wir lernen ein bisschen oder komm ich gehe im schlauch erst mal zack lerne den weiter kurs bin computer weil das theoretisch dauer der drei tage ist schon ordentlich viel warte können wir konsol kaufen der gegen ordnung für und bitte also kaufen schon mal ob kann ich jetzt kaufen gehen oder ich muss warten ich muss warten egal was ich will aufkommt muss immer warten das ist nicht schlecht kaufen nein falsche das habe ich doch geil da muss ich kaufen das ist das fertig super ich kann so pro haus glaubt eine konsole kaufen auch leck mich am arsch habe ich keine konsol mehr so nehmen wir so test 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 ich bin entspannt ich bin sehr entspannt so eine flöde ich mache mir so spiel intro angressionen haben wir nur das da muss ich das machen noch mal angest du haben ja glaube ich jetzt noch mal ja jetzt am skript normal spiel ich werde das machen scheiße so egal was wird es wird es falsch so hat es kommt ist agression sagt weg weiter jetzt das haben wir das geht das muss überlegen wenn mache ich das und dann mache ich das dann gibt das und das aber wenn mache ich das dann bekam ich fehler komm lassen wir so und ja wunderbar läuft super weil ich kein video hochladen oder so hochladen natürlich meine 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 ich werde schon lange schon ok habe ich nicht bemerkt so nein karte auch scheiße machen wir das juhu jetzt was gibt deine aufrufen das spiel erhöht sich dann anzahlen von dem video aufmerksamkeit ok machen wir so was machen wir schlafen und dann gleich essen wieso ich bekomme nicht so viel ich selber nicht wieso momentan bekommen so wenig die andere sind abgegangen es wie es geht nicht und jetzt ja manchmal sind gute tage manchmal schlechte tage kann man nichts machen so so machen wir guten morgen vielleicht irgendwann lerne ich das zu ende und meine güte danke bitte 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 Hört Ich hab gedacht, bekomm ich Geld Sag nicht zu spät Ich hab das zu spät hochgeladen Ach du Schande Ja geil Weil ich habe musste schauen Und dann Video noch später Hab ich hochgeladen Da musste kurz warten Naja gut Aber die zu da wechseln Das ist sehr schön Jetzt freu ich mich schon Ach du Schande Okay Schauen wir auf der Einkauf Der so langsam auch fertig Ich will Gerne Dann haben wir Haufen Geld Langsam Ja Schande Schande Ich hab gedacht Werde jemand 2k Nicht schlecht Komm Machen wir das lernen wir zu Ende So Leute Ich werde Ich werde sagen Für diese Runde Für diese letzte Folge Das war's Das war's Das war's für diese Folge Das war's für diese Folge Bis zum nächsten Mal Wir sehen uns nächste Mal Ciao 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 Ich bin Ich bin Ich bin